Ich muss es aber schnell sein. Ja, ich hab das meiste schon vorgespielt, weil ich das nur noch ein bisschen ausländische Antifektion nehmen kann. Das geht schnell. Ich hab auch so eine wunderschöne Maus, die hat eine Doppelfektion. Na, meine Haare? Hä? Ja. Ich hab meine Klinik noch dreimal. Sorry. Immer noch zu. Ja, wenn du einlöchst über die Straße, ne? Dann wäre das schon gut. Okay. Das mit dem Entfernen geht ja mal gar nicht gut. Äh, so wie kommt's nun? Dann können wir gleich gucken. Wir fahren jetzt über die Autobahn, ne? Ja. Also, ich denke mal, dann fangen wir mal an. Ja. Ja. Gut, ich hab jetzt ein Spiel beendet. Dann hätte ich jede einzelne Waffe einzeln noch entfernen können müssen und dann wieder mit der Maus da hoch. Das war mir ein bisschen schwierig. Ich hätte es nur ein bisschen geändert. Ja. Dass ich hauptsächlich MP5-Magazin jetzt dazu genommen habe, weil wir deshalb gar keiner hatten. Ja. Der Rest ist relativ gleich geblieben. So, andere Kisten drin. Warte hier raus. Ohhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh Ich weiß nicht. Ich weiß nicht so, wer das ist wohl. Ich weiß nicht so, wer das ist noch nicht schlimm. Ich weiß nicht, was du hast noch nie gehört. Ich weiß nicht, wie ich das hier rauskomme. Ich gehe in den Feuer, aber auch nicht mehr. Komm ich weiter, bitte? Nein, ich habe auch nicht mehr. Ich habe es auch nicht mehr. Ich habe es auch nicht mehr. Vielen Dank. 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 Okay. 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 ... 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